Wir wollen nicht verwirren, oder? Du bist ja wieder. Ja, und dann soll das mein Hund wieder machen. Ich muss ja alle abwarten, wenn er fertig ist mit dem Großbeben. Das ist Charlie, hau Gott. Charlie! Das ist ja gut, dass ich jetzt nicht springen kann. Wer kann springen? Nicht springen? Ja. Man muss ja auch springen können. Die lassen sich fallen. Ja, ich meinte, die können springen. Ja, die sind da auch nur in Gräsern, nicht auf Bäume, wie manche denken. Ja! Also wir stehen genau auf dem Tag. Ja. Er verpferde mich. Da Flecke sind immer noch da. Ja, ich habe noch nicht. Wir haben noch eine Pusteplume. Kann man doch schauen, die Pusteplume. Caramelo. Ja? Bitte, Charlie! Bitte, Charlie! Ich habe ja auch schon betret'n. Das ist ja auch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nur mal geht es alle drei, alle zwei, alle vier.